ChatGPT. Jeder hat schon mal davon gehört. Ein Chatbot, mit dem ich über alles reden kann. Mein Name ist Andreas Reich und ich entwickle an der Universität Hohenheim ein ähnliches System, das PET heißt. Und das ist ein digitaler Assistent, ein Tutor, der Studierenden beim Lernen auf die Prüfungen hilft. Dieses System kann man einfach etwas fragen und es antwortet so wie ein Tutor passend zur Vorlesung. Unser System heißt Pedagogical Conversational Tutor, kurz PET. Und das ist ein Tutor-System, das Studierenden einfach begleitend zur Vorlesung helfen soll, so wie ein richtiger Tutor das auch zur Vorlesung tut. Nur digital. Was wir machen ist, wir nehmen Folien von Professoren, Powerpoint- Präsentationen und lernen die Inhalte dann auswendig. Und das Chatbot-System kann auf diese Inhalte zugreifen und diese visuell darstellen. Und nicht nur das, es können auch Fragen gestellt werden und das System kann auch Fragen an den Studierenden stellen, um zu überprüfen, wie gut kennst du eigentlich schon die Inhalte. Bei der Veränderung der Hardware geht es darum, dass es immer mehr Sensoren gibt, sodass die Umwelt besser wahrgenommen werden kann und das Ganze auch noch vernetzt. Und das heißt, ein Studierender kann fragen, frag mich ab und dann wird auch diese Antwort überprüft und es gibt ein Feedback. Das war doch schon relativ nah dran. Willst du fortfahren? Wie funktioniert eigentlich so ein komplexes System? Es bildet so ein bisschen ein menschliches Hirn ab. Wir haben verschiedene Regionen, die verschiedene Aufgaben übernehmen und das ist bei uns auch so. Wir haben acht neuronale Netze, die Hand in Hand miteinander arbeiten. Das eine Netzwerk analysiert gesprochene Sprache und wandelt sie in Textum. Das kann das andere neuronale Netz wieder dann verarbeiten. Es hat eine andere Aufgabe, zum Beispiel herauszufinden, was der Nutzer möchte. Wenn ich jetzt weiß, der Nutzer möchte eine Frage zu einem Thema stellen, kann ich die andere KI nutzen, die dann wieder durch hunderte Dokumente innerhalb von kürzester Zeit durchgehen kann und mir eine Antwort gibt. Wenn jetzt eine andere Frage gestellt wird, zum Beispiel kannst du mich abfragen, dann wird eine andere KI angesprochen, die wiederum evaluieren kann, ob meine Antwort gut oder schlecht ist. Und dann antwortet der Chatbot, hey, das war gut. Was bringt uns dieses System jetzt für die Lehre? Es ist sehr vorteilhaft für die Dozenten, denn sie müssen nicht so viel Arbeit in dieses System investieren. Sie geben uns die Daten, die sie haben und wir erstellen daraus ein Chatbot-System. Dieses Chatbot-System ist 24-7 online für die Studierenden, die jetzt jederzeit Fragen zur Vorlesung stellen können. Ich habe jetzt einen Tutor, der mir immer helfen kann, wenn ich eine Frage habe oder nicht mehr weiter weiß. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied von unserem System zu ChatGPT? ChatGPT kann scheinbar wirklich alles. Ich kann ihm eine Frage stellen und er gibt mir garantiert eine gute Antwort. Zumindest klingt sie gut, aber ich habe nicht unbedingt immer 100 Prozent akkurate Informationen. Und das ist uns ganz wichtig. Wir wollen sicherstellen, dass die Informationen, die aus unserem System rauskommen, gut sind. Und deswegen referenzieren wir Quellen. Das heißt, wenn der Student eine Frage stellt, bekomme ich auch eine Antwort mit einem Quellenverweis und kann dann selbst nachlesen, stimmt das eigentlich, was das System gerade erzählt hat. Natürlich gibt es ab und zu auch eine Frage, die das System von uns nicht beantworten kann, aber lieber ein Ich weiß es nicht, als eine Antwort, die falsch ist. Das Ganze ist ein System zur Unterstützung der Lehre. Das heißt, wir ersetzen nicht den Lehrenden, sondern der Lehrende muss trotzdem alle Informationen, die relevant sind, zusammenstellen, aber wir entlasten. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, häufig gestellte Fragen einfach durch unser System beantworten zu lassen, sodass die Lehrenden mehr Zeit haben für die komplizierten Fragen und für die Forschung. Was können wir in Zukunft schon KI-System erwarten? Und zwar wird auch unser System jeden Tag etwas schlauer. Wir bauen an neuen Funktionen für unser System, mit denen wir auch jetzt schon Videos und Audios transkribieren können. Und wir können diese Texte benutzen, um Fragen von Studierenden zu beantworten. Das heißt, wenn jetzt etwas zur Vorlesung gefragt wurde, das nur in der Vorlesung und gar nicht im Skript vorkommt, kann trotzdem der Chatbot antworten, so als hätte der Prof es selbst gesagt. Wer schon mal mit Chat-GPT geschrieben hat, der weiß, dass es dazu in der Lage ist, fast jede Frage zu beantworten. Und ich habe schon vorher erzählt, dass zwar nicht immer alles korrekt ist, aber es ist trotzdem sehr nützlich. Wir arbeiten auch aktuell schon an einer Chat-GPT-Version, bei der wir dann allerdings unterscheiden, ob die Informationen verifiziert sind oder ob die Antwort vielleicht richtig, aber vielleicht auch nicht richtig ist. Und diese Funktion möchten wir auch in unser System zusammenführen. Das heißt aber, der Student weiß dann, das ist deine Antwort, der kann ich vertrauen. Und bei dieser Antwort muss ich selbstkritisch hinterfragen, stimmt das eigentlich? Und vielleicht auch selber nochmal nachforschen und schauen, ist das richtig? Früher haben die Menschen einfache Werkzeuge erfunden, um weiterzukommen. Und das haben wir jetzt auch mit KI. Ein mächtiges Werkzeug, das uns die Hände frei macht von den Aufgaben, auf die wir keine Lust haben, damit wir endlich wieder das machen können, was zählt.